Das Blutbad. Was ist passiert? Ich fühle mich... Und du schaust. Ich schaue dich. Bitte, nicht sagen Sie, dass du deine eigenen Hühnern hast. Der Pupil ist verletziert. Die Temperatur scheint normal zu sein. Ich muss die Hühnern und die Hühnern. 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 Ich muss die Hühnern. Ich muss die Hühnern und die Hühnern. Die Hühnern und die Hühnern. Your pulserate is dropping. We need to get you to the hospital immediately. The antidote. Give it to me. The antidote? You mean that you're poisoned? No. Please. Here, drink it all. Don't tell me that you did this to yourself. Hemlock and the Tura. I was compelled to. Holmes, imagine if I'd not returned home when I did. What might have happened? I knew that you would. Mr. Holmes, Inspector Lestrade is here to see you. Mr. Holmes is unable to see anyone at the moment. He is unwell. Good day, Inspector. Ah, Mr. Holmes, I'm glad to find you here. I need your help. This is a strange one. We have brought in two young bankers from the city, sons of lords, members of the chamber, and so on and so forth. They were found stranded in a rowing boat that was drifting on the Thames. A romantic escapade with an unhappy ending, Lestrade. What? Well, yes, they were both in the bath. But, what? As I said. And they were tied together. You are lacking in imagination, Inspector. Well, no, I'm not. Anyway, there was a banner flapping about in the boat with the RMS Oceanic printed on it and signed by the Merry Men. The Oceanic. Isn't that the largest steamer ever built? Yes. And these two young banker chaps are sons of the owners of the White Star Line, the company that built it. There are rumours of corruption. I'm not interested in politics, Lestrade. I'll keep it, then. Here's another one that's a bit more complex and maybe to your liking. It's a murder, but we're unable to find any weapon. We haven't touched anything. It's at the Roman Baths in Strand Lane. A murder, a vanishing weapon, the Roman Baths. That's for us. Watson, fetch your hat. Naja, mach mal Stop, mach mal Spelarbeiter, Rotaring. Herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes. So. So. Ich würde sagen, wir gehen bei uns mal zur Therme von Strand Lane. Oder Strand Lane. Irgendwie so. So. Der neueste Fall, das Blutbad. Wir sind jetzt in einer Barf und vier sieben. Oh. Schifft, das ist eigentlich in einer Barf. Es hat nicht gelungen. Per your usual instructions, Mr. Holmes. R shall be waiting for you here. But please, Harry. Are you able to identify the men who are with the victim in the steam room? Yes. The manager of the Barf, Sir Gregory Pitkin. A lad from the city council, Garo. und einen Archeologen im Namen Blinkhorn. Ich denke, der Blumpfartner, Garrow, hat es gemacht. Er sieht nicht richtig aus. Also, wir werden sehen. Du hast keine Schmerzweißen gefunden? Nein, das ist das, was ich dich呼fen habe. Alle drei Begründerinnen und die Begründer waren in die Schmerz, als der Schmerz wurde, und sie waren so, bis wir hier sind. Wir haben sogar noch einen Schmerz zu holen. Ich verstehe. Hat es jemand anderes hier, außerhalb von den Schmerzen in der Schmerz? Ja, ein Herr Phillips. Er war derjenige, der die Polizei kauft. Er wird dir mehr Details geben. Tatort und Termen untersuchen, Tatbarverfinden. Ich denke mal, dass wir hier den Mordfall schnell klären. Dann quatschen wir erst mal mit denen hier. Gut. Guten Tag für Sie, Herr Phillips. Mein Name ist Sherlock Holmes und das ist mein Kollege, Dr. Watson. Would you be so kind as to answer our questions? Certainly, Herr. Please tell us the chain of events from the start of your day. Everything that you can remember. The slightest detail may be of importance. Very well, Herr. Ich bin in 6.30 Uhr am Morgen, und ich öffne die Batsche. Ich habe sicher, dass die Runde clean war, und ich vorbereitet die Towels. Der Bräziger war immer noch nicht. Es war ein Feuer, die ganze Nacht. Ja, Herr Gregory hat mich auf den Bräziger geöffnet. Es dauert ein bisschen Zeit, bis die Runde vollständig ist. Die Präsidenten hatten ein Gespräch am 9 Uhr am Morgen. Ich wollte alles perfekt sein. Ich war in der Runde für 20 Minuten, und ich habe plötzlich gehört, die Runde. Ich bin in der Runde, aber es war geöffnet. Ich konnte es nicht öffnen. Also, ich bin in der Straße, um die Polizei zu holen. Ein Constabler kam, und dann waren andere, und sie haben den Locken genommen. Dann, Inspector Lestrade kam, und er hat uns gesagt, dass nichts zu bemerken. Hmm. Haben Sie einen anderen Besucher dieses Morgen bekommen? Nein, niemand. Bis diese Damen sind, Herr Gregory war der erste. Und dann, während wir uns diskutieren, die Arbeitspläne kam, Sir Rodney und Herr Blinkhorn kam, und Herr Garrow kam. Und was hat nach dem, was passiert? Ich habe warten, bis es alles in der Runde, und dann zurückgekommen zu der Halle. Die Runde des Runde war öffnet, also ich muss hören, ob sie etwas brauchen. Du hast gehört, wenn jemand in der Runde, oder in der Runde. Das ist natürlich, Herr. Diese Runde machen viel Ruhe. Hmm. Sehr, sehr, sehr merkwürdig, hier der Fall. Aber werden wir den hier erstmal abschecken. Leichte Falten. Schnittwunder. Schneisig. Boah. Lebt alleine. Penibel. Glänzende Knöpfe. Manchester City. Und das war's. Wir werden mal hier kurz Tab öffnen. Untersuchen Sie den Tatort und die Termin von Strindlein. Finden Sie die schwundene Tatwaffe, mit der Sir Rodney Bencliffe ermordet wurde. So. Jetzt müssen wir jetzt mal schauen, ähm. Wo der Raum ist. Oh, ich hab' ein Kleidungsstück. Diese Kleidung herrschen zu einer der Suspekten von der Steam-Runde. Exempensive Kleidung herrschen zu einer der Männern von der Steam-Runde. Champagne. Für eine besondere Zeit. Drehen wir mal die ganze Schuhe hier. Vielleicht sind ja irgendwelche Fingerabdrücke. Und dann hätten wir den schon mal gearbeitet. Öffnen wir mal die Tür. Also, aha. Der schon. Der Herr, Herr Holtz. Ah, die Tod mit einer besonders römerischen Piquancy. Wie die, die du fast ein Jahrzehnt hatten. Lass uns über das vergessen. pigmentat. Der Herr Holtz. Der Herr Holtz. Das ist mein Schnaening.